Ja, Pinocchio, was machst du denn hier? Du kannst vielleicht fragen. Ja, aber du gehörst doch gar nicht hierher. Kannst du lesen? Na, du kannst vielleicht fragen. Na, dann liest mal. Giuseppe, Raffaele, hm? Hm, du auch? Ja, Mary. Aber sag's nicht weiter. Sonst sagen alle Maria zu mir. Versprichst du's mir, Mary? Versprochen. Pinocchio, Pinocchio. Kleines Büchchen, freches Büchchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen, was ist geschehen? Kleines Büchchen, freches Büchchen, die Welt ist groß und du bist klein. Kleines Büchchen, freches Büchchen, du träumst von Freiheit und vom Ruhm, vom Reichtum und vom Heldentum. Mein Freund, warum? Du kleines Büchchen, freches Büchchen, du flüchtest die Geborgenheit. Hast dich aus meinem Schutz befreit? Hat das nicht Zeit? aus dem linkeres Büchchen. Gein-E-K-Lie. Gein-E-K-Lie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und du denkst dran?